Na ja, zuerst einmal hat mir daran gefallen, dass Herr Wecker gewonnen hat. Wir konnten offensichtlich einen der besten Young Professionals für die Agentur gewinnen. Ja, zum Konzept, an dem Konzept, da gefällt mir besonders gut der kreative, der emotionale Ansatz mit dem Thema Love Story und Love Statements. Die Typografie, die Farbwelt, die Bildwelt, dazu muss man erstmal Mut haben, so etwas vorzuschlagen. Und dann natürlich der Einsatz der neuen sozialen Medien. Darauf legen wir hier in der Agentur großen Wert. Und da bietet dieses Konzept ja auch einige gute Ideen, wie zum Beispiel die Postkarten, die YouTube-Videos, die Wishwalls bis hin zu Ambient Media auf der Toilette. Ja, und drittens ist natürlich sicherlich richtig, dass das ein dialogisches Konzept ist. Das heißt, dass es eben nicht top-down von den Agenturen auf die jungen Mitarbeiter niederregnen soll, sondern dass das Ganze beginnt mit einem Gespräch, mit einem Dialog mit dem Agency Lab. Ich bin überzeugt, wenn die Agenturen den Mut haben, dieses Konzept zu verwirklichen, dann werden wir alle gemeinsam mehr Erfolg haben und die Mitarbeiter mehr Spaß. Also, zuerst einmal habe ich Verständnis für die materiellen Forderungen. Das heißt, für vernünftige Vergütungen, für eine vernünftige Ausbildung und auch für vernünftige Entwicklungsmöglichkeiten in den Agenturen. Und da muss ich schon sagen, da liegt bei einigen, Agenturen offensichtlich einiges im Argen. Und das hängt natürlich auch zusammen mit der wirtschaftlichen Situation, mit der Marktsituation im Agenturmarkt. Die Agenturen, die befinden sich in so einer Art Sandwich-Position. Auf der einen Seite die Kunden und auf der anderen Seite die Mitarbeiter mit den Gehältern. Und bei uns bei JP.com ist es so, dass wir teilweise, wenn wir anbieten, um bis zu 50 Prozent unterboten werden. Und da weiß man dann wahrscheinlich auch, welche Gehälter in diesen Agenturen bezahlt werden, beziehungsweise wie die Arbeitszeiten aussehen. Es ist offensichtlich so, dass viele der Agenturen kein Angebot an den Markt machen können, für die sie auskömmliche Preise erwirtschaften können. Und das wirkt sich offensichtlich auch auf die Gehälter aus. Und daran müssen wir alle sicherlich noch weiter arbeiten. Damals ging es um ganz andere Dinge als heute. Wenn Sie zum Beispiel heute einem Mitarbeiter einen Dienstwagen anbieten, dann finden die meisten das gar nicht mehr attraktiv. Eher im Gegenteil. Damals war das aber so, dass das Mitarbeiter wirklich noch beschäftigt hat. Da gab es zum Beispiel eine Anzeige vor ungefähr 25 Jahren, wo der Chef dann dem Junior Mitarbeiter den ersten Dienstwagenschlüssel symbolisch überreicht. Und das waren damals so Themen, die uns beschäftigt haben. Heute ist das offensichtlich gar nicht mehr so viel wert. Es ging um Statussymbole. Es ging viel stärker um Kleidung. Es ging darum, wer wohin fliegen durfte. Fliegen war durchaus auch noch ein Statussymbol vor 27 Jahren. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, der hat dann, als er in die Schweiz geflogen ist mit Swissair, was durchaus teuer war damals, dann wochenlang dieses Ticket von Swissair auf seinem Schreibtisch für die Kollegen ausgelegt, sodass jeder sehen konnte, ich war in der Schweiz und ich durfte mit Swissair fliegen. Das wäre natürlich heute ein Witz. Heute geht es offensichtlich um ganz andere Themen, um ganz andere Werte. Es werden ganz andere Dinge erwartet und wir müssen uns darauf einstellen. Offengestanden wissen wir das teilweise gar nicht so genau. Das heißt, wir wissen gar nicht ganz genau, was jetzt die Erwartungen, was die Forderungen sind. Das ist manchmal so, als würden wir in Watte hineinfassen. Wir haben das Gefühl, dass die Dialogfähigkeit, die Konstruktivität manchmal etwas schwierig ist bei dieser Generation. Aber vielleicht ist das ja auch nur eine Wahrnehmung und wir müssen erst noch lernen, die Signale und die Sprache richtig zu lesen. Ich bin überzeugt, wir sind Kommunikationsleute. Das ist unser Beruf und das wird uns mit Sicherheit gelingen. Das, worum es früher ging, das zählt heute sicherlich nicht mehr so. Nämlich Geld, Karriere, Autos, Statussymbole. Heute geht es um andere Dinge. Vielleicht um das Thema Flexibilität. Flexibilität für eigenes Verhalten und Flexibilität auch darin, wie man sich die Arbeit zeitlich einrichtet, zum Beispiel zwischen Privatleben und Berufsleben. Ein anderes wichtiges Thema ist sicherlich das Flair, die Atmosphäre in Agenturen. Früher war das nicht so wichtig. Früher ging es um die Arbeit und es ging um die Karriere, es ging um das Geld. Aber heute geht es sicherlich darum, wie ist die Atmosphäre? Welche gefühlsmäßigen Anreize gibt es? Oder einfacher, wie fühlt sich das an, in einem Unternehmen zu arbeiten? Das ist offensichtlich viel wichtiger. Und das dritte große Thema, was ich sehe, ist das Thema Selbstverwirklichung. Verwirklichung von eigenen Leidenschaften, von eigenen Plänen, von eigenen Vorgehensweisen. Und da hat man in Agenturen sicherlich große Freiräume. Und offengestanden ist das auch der Grund, weswegen ich nach 27 Jahren immer noch gerne in einer Agentur tätig bin und gar nicht ins Unternehmen will. Offensichtlich ist es ja so, dass die finanziellen Rahmenbedingungen und auch die Entwicklungsmöglichkeiten bei JP.com schon stimmen. Aber wir wollen natürlich genau wissen, wie wir die besten Mitarbeiter für die Agentur gewinnen können und vor allen Dingen, wie wir unsere Mitarbeiter mittel- und langfristig an die Agentur binden können. Das heißt, wir wollen wissen, wie wir ein hohes Commitment bei den Mitarbeitern hier erreichen können, sodass sie sich für unsere Kunden und für die Agentur überdurchschnittlich und kompetent engagieren. Und um das genau zu wissen, wie wir es am besten machen gemeinsam, wird JP.com jetzt einen Jam veranstalten, wo wir die Ideen von Mitarbeitern sammeln. Wir werden diese Ideen dann clustern, auswerten und dann werden wir auf der Basis dieser Ergebnisse einen Workshop haben mit einem externen Moderator und gemeinsam den Weg in die Zukunft der Agentur mit den Mitarbeitern zusammen entwickeln. Nur so kann es nach meiner Meinung heutzutage gehen.